jetzt kann ich tauchen gehen und fässer schwimmen gehen wenn der heimlichen bläst wahrscheinlich nicht pass auf dein leben auf weil du dich zweimal erwischt hat solltest wiederkommen oder eben halt relativ schnell rettung gesuchen ein bisschen schrott habe ich auch geholt gehabt ich höre doch schon wieder die mühwand unsere allerdings zerstört felsen hoch damit ich den hai aussehen kann im fall der fälle es gab den fall der fälle zehn zehn kleine fälle ich habe genau in der schnitt getroffen sehr gut wieder ich komme jetzt auch wieder runter ich muss mal eben hoch jetzt habe ich nicht gesehen jetzt kann nämlich durch den felsen das geht doch gar nicht okay ich muss mal eben jetzt ja und da ist ganz viel schrott und das brauchen wir auch das ist das problem ich gehe mal eben dann aufs bus weil hier ist echt viel zu holen können das ist nicht so gut der zieht aber gut leben ab wenn so ein hai zubeißt sind wir mal ehrlich wenn der nicht gut leben abziehen würde würde ich mir auch ja machen nee wenn du am ertrinken bist das zieht gut leben ab ja übertrieben finde ich ein bisschen ne ich finde das armbuschen sei übertrieben aber gut weil wir zu machen so ein bisschen ton habe ich auch jetzt wir haben wieder geflügel wenn ich die endlich mal abfedern kann die kriege ich so selten mit krieg die kriege immer besser mit den feilen ich bin wie gesagt eigentlich mit dem sperr das problem ist der kam jetzt auch so ein ding kriegst du den nicht warum ist mein haken ist kaputt drei kräurchen schon mal drauf ich soll auch mal trinken und essen aber mein leben ist voll so zehn metall schrott habe ich das schön schrott wenn ich gleich wieder kann ich auch was runter war ich brauche ich brauche ich brauche aber zu essen eben die flasche direkt mit dann wo ist der hei ich höre da hinten kommen rennen 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 kotz ab ne kaputt gemacht ja hier die ecke ich habe hier so mal direkt zack achso und vielleicht mache ich noch mal direkt ein haken so hier für die suppe kocherei warum habe ich schon wieder in alten schulen ja ich weiß nicht warum ich erst mal hier die die wieder so erst mal weg damit so und woher geht's ja ich habe ja noch aua warum denn war mich nimm die fei ey kupfer kupfer ist was hast du brauchen alter fucking hi junge ach ich sehe den nicht junge oder was hallo hoch hallo vorsichtig er kommt glaube ich in deine richtung jetzt habe ich in wieder zum drehen ich versuche die abzulenken Hallo und dann bin ich wieder raus aus dem Wasser. Ich bin gerade auch ein bisschen Kupfer am Schmelzen. Oh, bist du gar nicht mehr im... Ach, du bist auf dem Boden. Ich lege den Hai die ganze Zeit ab. Ich glaube, ich spinne. Ey, und ich dachte, die ist schon am Tauchen. Weil ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Jetzt kann ich den Hai nicht mehr ablenken. Ja, weil ich kann jetzt wieder runter. Ja, aber ich kann den Hai jetzt nicht mehr ablenken. Ja, ich habe ja schön gerade ganz... Zeit abgelönt. Da bist du hier dich echt da halb am töten selber. Und was macht sie? Da fahre ich jetzt einfach ohne die weg. So, schnittvoll. Gut, kriegst du gleich keinen Teil. So, äh... Apropos Metall, Eisen, Erz... Äh, Wartekupfer. Auch. Kupfer habe ich hier. Hä? Wieso? Und Metall. Ich hatte gerade Metall noch in der Hand. Hab ich das auch ausgedeckt? So. Wart ich nicht mehr. Wart ich nicht mehr. Achtung. So. Rutsch schnell weg. so war es jetzt habe ich kein holz mehr habe ich schon alle eingesammelt gehabt war doch hier glaube ich eine große ton vollkommen die die dhinnen die dhd rutschen auch noch machen kann also unter mit ich mag dich nicht du stinkst nach kot du stinkst nach fisch du blöde so wenn du willst können wir weiter düsen ich habe noch einen kupfer ich habe fünf metall gefunden alles gut können wir weiter ja warte ich komme zurück eigentlich ist da noch metallschrott aber gut du bist drauf der hat schon wieder was abgefressen ja ich nehme mal eben mein hammer und fang gleich an zu reparieren genau ich hab da was falsch eingebaut was wollte ich denn ah Kunststoff fehlt uns noch erstmal eben alles einsortieren ein Kunststoff habe ich noch da ein Kunststoff habe ich auch äh Sand ja ich bin ja Kupfer am Pumelze ich habe ein bisschen mehr Kunststoff zwei ist egal zum bauen brauche ich leider Kunststoff außer für die Netze da brauche ich nur Seil und Planken und Nägel so ja gut wir fahren in die andere Richtung so vier Netze habe ich nochmal sehr schön so Stein Scherbpapier wo war denn der Metallschrott äh ich tu glaub hier so äh grünzeug kommt auch hier rein Metallschrott war eigentlich hier äh in den anderen drin in der hinten ja jetzt ist der da drin so ne ist lebt damit so ach grüne Popels mich auch noch herstellen ne ja aber nicht allzu viele wenn du ach so kommt drauf an was du jetzt machen willst für plantinen ne da brauchst du äh grüne Popels und keine grünen Popels klingt kompliziert ist aber so plantinen ja die plantinen wolltest du ja herstellen oder nicht ja da brauch ich zwei eine könnte ich gleich herstellen damit wir schon mal anfangen können die Geräte da mhm ein Empfänger leiter platinen genau dann braucht zwei leiter platinen Entschuldigung da war ich gerade ein bisschen verwirrt durchs äh und dann brauchen wir nämlich Scharnier haben wir noch eins die Antenne die Antenne war auch eine und vier Schrott und ein Bolzen die könnten sogar noch eher die Antenne oh ich muss was essen sonst bin ich gleich verwirrt ich muss noch mal süppchen her kochen mal so mach ich jetzt oh und süppeln soll ich auch mal was meistens besser in der Zeit koche ich dann auch die ganze Zeit mit ja mehr während ich die plantinen damit wir genug zu essen haben wir brauchen noch eine Kochstelle das können wir ja noch mal einrichten das können wir ja nachher einrichten oh 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 was kostet die da noch mal zwei mit teilbaren vier Popel ein Scharnier äh hi hi achso wo sehr gut ich repariere direkt okay die tue ich dann nachher weg und baue die hier hinten irgendwo hin dann machen wir mal weiter aus auch Kunststoff äh Holz Kunststoff warte mal ich guck mal wie viel Kunststoff ich habe da ist eine Insel äh äh ich hätte 15 Kunststoff und das ist gut dann will ich vielleicht mal weiter bauen so ein Popel habe ich fertig der nächste Popel wird fertig warte ja flupp fluppdruck ich mach ach komm ist ein schräg der Wind ganz ach ja ich habe die ganze Zeit Becher nachlegen wo es nicht hat fast jetzt geklaut wo ich ne kein Stück jawohl hast du ach was erzähl doch nicht klar aber nicht erzähl doch nicht den jetzt ach ja hier als ob ich ihn fast klauen würde aber manche Sachen kosten viel zu viel also ganz ehrlich viel zu übertrieben ja soll ein bisschen schwerer sein das mal ach ach man gerade wo ist weg und eine kartoffel dazu gefressen die drecksau die kleine drecksau die wasserflasche jetzt gerade dabei habe ich die kartoffeln extra schon da so und runter ab du möge selig doch schwimmst hier um mich herum blind ich sehe dich doch kleine mistnade und aufgestattet jetzt reicht da habe ich nur für die Nägel So eine konnte ich schon mal herstellen, jetzt brauche ich nochmal Kupferwaren. Wie viel Platinen brauchen wir denn dafür, Leiter Platinen? Zwei Stück. Zwei brauchen wir? Echt? Zwei brauchst du für das eine Gerät und eine für das andere. Ich schmerze. Wo ist der Hai? Klasse. Kannst du reparieren? Genau. Kleine Misten. Jetzt weiß ich noch ein paar Pokels. Fast überbeohrt. Ja, Kunststoff ist im Moment. Ich habe 13 Kunststoff. Zwei Leiter Platinen habe ich. Jetzt wollen wir mal eben gucken. Basio, Basio. Der Empfänger. Okay, ich kann einen Empfänger bauen. Das ist doch schon mal gut. Schon mal mehr als andere so bauen können. Dafür brauche ich aber hier. Sind die Federn abgeblieben? Sollen wir den auf den Tisch stellen, den Empfänger? Ja, den würde ich irgendwo hinstellen. Hier? Rein? Auf den Tisch? Rein? Geht schlecht. Der Empfänger? Natürlich. Empfänger, ja. Die Antennen nur nicht. Ah ja. So war das. Obwohl, der ist riesig. Alter. Ich mache auch ein bisschen. Der hat ja schon fast einen Tisch. Tun wir das hier oben. Zu unserem Betten. Da. Kekst du mal. Jetzt brauche ich noch eine Batterie. Kannst am besten direkt schon die nächste Etage anfangen. So ungefähr, ja. Oh shit. Ich höre schon wieder einen Vogel. Ja, der ist schon nett. Toll. Lass mich durch, ich bin Arzt. Ja, zack. Zack, zack. 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 Kupfer wollte ich. Ne, erstmal wollte ich noch ein paar Popeln. So, was braucht ich hier nochmal für Pfeile. Stein voll reichen mir. Steine, klar. Und Kunststoff. Oh. Ich sollte nicht vergessen, ich sollte was essen. Oh, ist ja teuer. Ich kann wieder Fischsuppe machen. Das ist gut. Ich hab glaub ich noch Kupfer hier drin. Aber ich ess jetzt. Das ist Kupfer drin. Ey, das ist Ton. Ja. Könnte nochmal Fischsuppe. Mach ich auch gleich. Es ist das Fischsuppe. Der Fischfischfischfisch. So. Ach, ich hab noch ein Netz. Fischsuppe. Woll ich drauf? Woll ich drauf? Woll? Also hier, die ist für übrigens Holz und Kunststoff und... die Kiste. Die Kiste. Wo du jetzt Fehlern reingetan hast. Ähm, was? Mach ich nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich bin jetzt schon wieder... Hier. Hast du viel einfacher an... Naja, ist ab. Fehlern brauchen wir nicht mehr viele. Du... Nee, Fehlern hau ich einfach weg jetzt, oder? Die Fehlern... Tu ich weg. Ganz schmerzvoll... Versteckt. Was eh nicht. Lala. 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 Hallo, hi. Wie geht's uns denn heute? Oh, warte. Der Hai ist tot? Äh, wo ist denn der Hai hin? Warte. Der Hai ist tot. Der Hai ist tot. Warte. Warte. Fehl bleibt hier. Fehl. Ich mach doch gar nix. Das ist dein Problem, ja. Du machst nix. Jetzt hab ich mal anhalten können. Batterie. Warte mal anhalten können. Warte mal Kunststoff mit Schrott. Hast du nur Kunststoff? Jo. Habe ich. Geben wir nicht. Dann kann ich keine Batteriekraften. Nein, nein, also gut. Warte, ich schmeiß jetzt. Nicht? So, wieder zehn Stück. Kann das nicht sein. So. Genau. Eine Batterie brauchen wir. Woll ich, äh, nachher noch. Tü-tü. Äh, da brauch ich noch Leiterplatte für. Ich hätte mir vielleicht mal nen Haken nochmal machen sollen, ne? Ach, da brauch ich noch zwei Kupferplatten für. Äh, nen Haken wäre vielleicht sinnvoll. Ach ne, ich hab mir nen neuen gemacht gehabt. Alles gut. Was weiter wegkommen außer... Ne, ich schalte das Ding noch nicht an. Weil wir brauchen ja Antennen, ne? Genau. Ich glaub drei Stück kann das sein. Oder so? Ich weiß ja nicht, ne? Nicht eine. Wir können ja versuchen, wie das ausschaut mit einer. Ich mein drei Stück bräuchte man. Die sehen wir dann. Die stimmt dann auch, oder? Ich müsste eine Wasserflasche reinlegen. Dann können wir uns zum Tauchen was craften. Sauerstoffflasche. Ach so, äh... Ferngläser. Ach so. Ich bin ganz nett essen am Machen, aber, äh, ich hab noch nix gegessen. Das ist das Problem, warum ich jetzt gerade auf einmal so abkacken bin hier gerade. Das ist mal so ne Hühnerkeule, wa? Na, eine geht noch. So. Wir haben noch keine Eier. Die brauchen wir für Heimsalbe. Ja, wir müssen die, glaub ich, woanders anringen. In der Nähe vom Essen. Echt, was ich mein? Ja, versucht doch. Hier so. Zack. Hey. Wie wird das Wetter sehr unruhig. Ja. Und dann haben wir Bauten. Hier auch Misten. Komm zurück du Kunststoff, du bist wertvoll. Das war ja doch nicht. Sag das ehste. Ich mich. Ich mich. Ne, weiß ich nicht. Oh ja, ich... Da schreit das nächste Essen. Der war weg. Was? Der war zu schnell weg, weil ich muss essen. Ich bin schon wieder arm. Achso. Bist du schon wieder am Rotieren? Superarilyn. So. Oh ja. Oh ja. Untertitelung des ZDF, 2020